es geht hallo liebe freunde der guten unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren folge chained echoes von mir dem hube hier auf hubetube um ehrlich zu sein habe ich gerade gar nicht geguckt welche folge ich aufnehme ich habe auch nur zeit für eine habe aber sehr bock gehabt das spiel zu spielen nachdem ich ein bisschen gelevelt habe das muss ich auch gestehen und ein bisschen was ich das spiel kennengelernt habe aber ohne weiteres gesabbeln meinerseits ich weiß ja weshalb ihr seid hüpfen wir ins game deswegen dann holt euch doch bitte etwas leckeres zu essen was cooles zu trinken und hat ganz viel spaß ich weiß nun mittlerweile wie das mit den deals funktioniert man muss diesen freundlichen händlern davor immer erst diese diese coolen beute dinger verticken so und man sieht es am jackhorn ich habe auch das jack mittlerweile besiegt besiegt und das mehr als einmal und wenn man beute vertickt und wird alles aus verkauft dann schalten sich hin und wieder auch deals frei kann man hier sehen so ein paar deals habe ich mittlerweile auch gemacht bei einigen fehlen mir die sachen halt noch hier zum beispiel so metallfrosche habe ich nicht genug zitronen aus perpetua fehlen mir uralte münzen so hier habe ich eine sache noch gar nie gehabt und so einige sachen habe ich dann aber schon gemacht und habe dadurch viele perks bekommen das war dann ganz cool und ich bin auch waffentechnisch dadurch jetzt etwas besser ausgerüstet fühle mich also auch startklar um hier jetzt story technisch mit euch zusammen alles weiter zu erkunden wie man hier in dieser tru sehen kann hier war ich noch nicht ich war halt back getrackt und habe da dann entsprechend auch für die belohnungstafel das ein oder andere mehr gemacht ja bis das spiel ist dadurch noch mal umso geiler irgendwie jetzt in meinen augen ich feiere es noch mehr deswegen jetzt auch diese schnelle aufnahme runde sehe ich eigentlich gar keine zeit haben glän ich fühle mich nicht so gut ja diese aura es ist wieder dieses biest ah nein ist gruselige ja ich sehe aus wie ein engel bin es aber nicht da ist es sie sieht aus wie ein engel eine wahrlich verlockende falle weiche dämon du hast in der welt der menschen keinen platz sehen wie sie es wirklich aussieht wow ich schätze es zeigt seine wahre form was das monster nährt sich scheinbar von reisenden nachdem es ihre sinne vernebelt hat keine schlaflieder für uns meine liebe macht euch bereit scheint als würde es uns diesmal nicht in ruhe lassen okay das heißt wir feiten von links und von rechts cool gut wir machen mal trotzdem die hymne der heilung ganz einfach weil ich ein bisschen jetzt besser bin von den sachen behaupte ich mal aber nein 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 marionette und marionettenspieler sind sogar zwei schwäche ist licht nicht gut aber ich habe jetzt nicht so level level mäßig das geht in dem spiel ja nicht so wirklich viel drauf gekriegt und ja so weit schwung sich gut an schön dunkel war ist ja sehr schwach blendendes licht ist auch nicht so der hammer gewesen licht langschwert ist gut weil schwäche und die beschwörende waffe gleichzeitig poesie marschen super in der nächsten runde können wir dann sienna auch schon holen zum klauen und zum dann blutungsschaden machen es ist so krass der kollege da weiter drauf vor heidewitz gar so bei dir können wir dann noch einmal den hier machen und auf die marionette die frist so unfassbar so und jetzt tauschen wir einmal machen den langfänger ach beides untot beides still war da fangen wir hier an gold klumpen geil was passiert hier ich fühle mich plötzlich so schwindelig aber wieso gar nicht gut unsere leiste das ist ja schmutz okay nicht cool gar nicht cool der klauen wir jetzt auch noch mal versuchen es zumindest wo cool irgendeine ausrüstung sogar beschworener angriff das ist super weil das richtig damit springt und bei uns eine leiste jetzt runter geht helfen hand ja eigentlich ist quatsch aber wir machen es mal für die leiste halt damit wir aus dem overheat rausgehen giftwind sehr gut alles stand gehalten alter außer sie hier das blöde ist halt dass ich noch kein blutungsschaden hier habe kritisch das ist gut lebenssauger ja energie laie ist halt tp lp technisch ist ja gar nicht so sehr eigentlich na tp und batratz ist glaube ich ganz cool aber er kann ja tauschen so dadurch kommen wir nämlich in den overdrive und wenn er abwehrt ist das nicht schlimm das war sogar gut es war richtig gut und jetzt können wir wieder den lichtlangen schwert einsetzen denn lichtlangen schwert so eine waffe wurde beschworen ganz nah grenzwertig wollte ich gerade sagen was den kack ja gut dann müssen wir hier einmal wiederbeleben nutzt alles nix pandemie gift schuss will ich das machen ja das macht ihm jetzt richtig schön der match das ist voll gut das ding heilt ach was sehr gut das eine ding ist am popo richtig klasse und jetzt können wir sie einmal tauschen und ich finde so alle heilen einmal einsetzen klasse klasse oh der rüstungsbrecher super gut läuft gerade echt klasse muss ich sagen power schuss sprengfalle weiß ich ihn noch nicht nehmen wir einen power schuss damit wir auch gut im overdrive bleiben und es drückt ihm schön Ja, passt schon. Ja. Ist egal. Er ist Main-Damage-Dealer. Wow. What soll I sagen? Grimoire-Splitter erhalten. FP. Sehr gut. Dieser Ort ist verrückt. Komm, lass uns weitergehen. Ich will nicht noch einem weiteren Rimmunen begegnen. Alles wegen dem Grand Grimoire. Ja, stimmt. Hat ja Peng gemacht. Und dadurch die ganze Flora und Fauna da irgendwie. Neue Talente. Ein bisschen durchgewirbelt. Ich wollte aber eigentlich erst zu diesem einen Arm da gehen. Wir können Talente erlernen. Jeder davon. Sehr cool. Konter Maschinen-Killer. Angriffshalter. Psyche, Tech-Punkte, Lebenspunkte. Ah, komm, wir gehen mal Full-Tank hier. Angebot. 50 TP wieder her. Einer. Ist natürlich ganz cool. Dürreschlag. Tech-Punkte, Geschicklichkeit. Alfreds Wille. Das ist ganz nice. Basso Profondo. Dürre gegen alle. Er hat Angriff. Ah, Lebenspunkte, Magie. Tech-Punkte kritisch. Ah, bei ihm bin ich mir super unsicher. Seelenmesse. Das ist eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, ich mache mal so ein bisschen egoistisch bei ihm. Ah, was können wir ihm ein Gutes tun? Berserker. Ah, ja. Angriff 10% ist schon ganz cool. Ja. DP sparen, drittes Auge, Windsprung. Sie setzt sich halt eh nie ein irgendwie, ne? So blöd sich das anhört. Er ist schon wichtiger. So blöd sich das anhört. Angriff. Ja, komm. So. Kisagiri. Einer kann Blütensturm auslegen. Nukizuke. Wow. 15%. Das ist cool. Mehr seltene Funde. Abwehr-Psyche. Ja, sie braucht halt eigentlich echt Abwehr. In Ordnung. Und dann gehen wir jetzt mal dahin, wo ich ursprünglich schon hin wollte. Zu diesem einen ausufernden Arm hier. Weil ich da doch irgendeine Truhe vermute. Ach, auch cool. Nehmen wir. Und dann können wir ja noch einmal außenrum laufen hier. Ups. Wäre doch gewitzt oder gelacht, wenn hier nicht noch irgendwas wäre. Na, schau. Nehmen wir alles mit. Haha. Ich habe dich wackeln sehen, du Sack. Und Totenküller. Ja, okay. Why not? Das wäre jetzt halt natürlich praktisch gewesen gegen sie. Einfach nur Wasser? Stink normales Wasser in so einem Gebiet? Strange. Harte Rippen. Es gibt den Dingern halt auch so eine neue, krasse Doppelbedeutung. Hä? Jetzt müssen wir doch irgendwo nochmal eigentlich einen Weg dahin bauen können. Wo übersehe ich das Pilzkadaverartige Ding? Hier irgendwo? Ja, ich drücke übrigens auch die ganze Zeit X, aber hier habe ich halt noch gar nichts gefunden. Ich denke, das Pulver, das fühlt sich auch nicht so an, als würde ich so schnell was finden. Hier Pilzkadaverartig. Ah. Okay, die machen wir mal down. Let's go. Ja. Hm. Muss auch nicht. Mach halt stärker. Power Rüstung. Prinz ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal dieses Video zu liken. Just saying. So. Bist du cool? Gibst du Daumen hoch? Ist einfach so. Es ist halt so kläglich, was die mittlerweile an Damage dadurch drücken, ne? Das ist halt stärker, ne? Ah. Naja. Minder besammen. König soll er mal aus dem Weg bringen. Bam! Oberderive. So. Killt ihn wahrscheinlich nicht ganz, aber wir versuchen es. Ja, Mist. So. Und du musst jetzt eigentlich heilen, gefühlt. Aber andererseits. Naja, egal. Bringt uns in der Overdrive-Leiste zurück. Und wir playen es dadurch sehr safe. Also. Was soll's. Und go. Power durch Bohrung. Tschüss. Ah. Wir haben sogar jetzt 5 von 5 Sporen, Mann. Talent Level 8 FP. Mega gut. Also in der Belohnungstafel. Hier, wir haben jetzt auch eine ziemlich lange Kette dadurch, so, ne? Hüpfer der Frosch habe ich besiegt. Und tack, der Jack. Vergessen, was das bringt, aber wir haben jetzt halt, wie gesagt, eine sehr lange links. 5 Jack-Grasfaser. Ist doch auch schön. Skorpione müssen wir noch besiegen. Tritt Perpetua. Ja, die Alpha-Wulfe haben wir nicht. Und dann, wenn wir das noch hätten. Wow. Hätten wir eine irre lange Kette. Das muss ich alles nochmal so ein bisschen angehen. Schade, dass ich die Skorpione hier so gemieden habe. Jetzt im Nachhinein. Leider. Und vor allen Dingen, wie kommen wir denn zu dieser einen Truhe da? Ist auch nur ein so Ding. Verstehe ich nicht. Ich sehe hier partout kein Ding, was hier noch nicht aktiviert wurde. Es ist auch schade, dass das auf der Karte so gar nicht zu sehen ist. Noch. Vielleicht wird es das irgendwann zu sehen geben, solche Sachen. Dass wir dann irgendeinen Skill brauchen oder so. Aber Stand jetzt kann ich ja wirklich gar nichts hier erkennen. Da, und zu dieser einsilbernen Truhe möchte ich gern. Auch wenn ich die im Zweifel wahrscheinlich noch gar nicht aufmachen kann. Das käme dann dazu. Ah, ist nochmal so ein Pfeil. Signalisator. Hier muss ich hin? Nee, nicht so wirklich. Ist auch nichts weiter. Hm. Ja, schade. Wirklich, wirklich schade. Dass ich hier irgendwie nichts mehr finde. Weil das wäre ja schon Ausgang des Gebietes. Da bin ich mir extrem sicher. Das Ganze sind Zwischenspeicherdinger, zu denen ich dieses Spiel hier gerade zwinge. Weil ich viel blöd herumlaufe und Sachen suche, die ich wahrscheinlich eh nie finden werde. Ja, da oben ist auch nochmal was. Komme ich da hin? Auch nicht. Auch nicht. Es ist ja fast so, als gäbe es ja nochmal eine zweite Ebene irgendwie. Zu der ich noch nicht komme. Na ja, dann ist das erstmal so. Aha. Okay. Ja, gut. Das Backtracking hier vielleicht doch noch gut möglich. Indem wir einfach mal den hier machen. In Ordnung. Jetzt sind wir auf dieser oberen Ebene, wenn man es so will. Ja, auch wieder viel Untotenkiller-Zeugs. Aha. Krass, Truhe. Kettenrüstung. Ach ja, wir hatten ja übrigens... Gefühlt irgendwie so ein Ding da. Es war wahrscheinlich ein Schamanen-Gewand, war das. Ja, geil. Oh, die ist ja richtig gut. Die ist ja richtig gut. Jetzt bin ich froh, dass wir die geklaut haben. Ketten-Schildrüstung, robustes Aketon, Kettenrüstung ist da auch besser. Ja, geil. Okay. Das hat sich gelohnt, finde ich. Hubi ist glücklich. Aber mehr gibt es denn hier wahrscheinlich auch nicht. Könnte man hier jetzt wieder runterspringen? Hat immer noch nichts zum Wasser beträufeln. Schade. Schade. Eine Tulpe. Ja, moin. Nee. Das hier sieht optional aus. Das ist auch so das Geile an diesem Spiel. Man freut sich so. Wow. Wenn man an diese optionalen Dinger rankommt. Na ja, bei vielen Games ist das so... Darauf geschittert. Ist auch wurscht. Aber hier ist das richtig, richtig toll. Stinkendes Pulver. Spiel speichert. Ja, das sah auch aus wie so ein Geheimgang irgendwie. Aber nö. Dieser Ort scheint sicher. Lasst uns hier rasten, bevor wir weitergehen. Okay. Ich habe uns wohl soeben nochmal eine Story... Sequenz beschafft. Oh, ich kann es fühlen. Ich spüre, wie es langsam durch meinen Körper kriecht. Ich weiß nicht, wie lange ich mit euch weiterreisen kann. Ein Königreich für eine Heilung dieser wachsenden Nüchternheit. Ist ja immer so. Er soll einer unserer führenden Wissenschaftler sein. Er ist ziemlich eigensinnig. Aber um die Wahrheit zu sagen, dürstet es mich auch nach einem Glas arkadischen Wein. Bitte sagt, Sir Victor, ihr vertraut uns genug, um uns Geheimnisse über das Grand Grimoire anzuvertrauen. Doch nicht genug. Warum ihr das tut? Oh, glaub mir. Ich vertraue euch genug, um euch jedes meiner Geheimnisse anzuvertrauen. Es ist nur so, dass ich es nicht kann. Ich gab ein Versprechen. Sir Victor ist nicht der Einzige mit Geheimnissen. Wie? Was meinst du? Du hast die Katastrophe in Winshire überlebt, nicht wahr? Aber wie? Du warst dort? Ja. Sir Cameron sagte, nur wer nah genug am Stein ist, würde verschont werden. Sag es ihnen. Du weißt davon, Len? Na gut, ich erzähle es euch. Und deswegen habe ich umso mehr Gründe, diese Waffe zu vernichten. Du, du, du mieses Stück. Beruhig dich, Rob. Beruhigen? Er ist ein Massenmörder. Er hat hunderte Soldaten Tarins getötet. Es tut mir leid. Spar dir deine Worte, Rob. Lass ihn. Eure Prinzessin, ihr habt sicherlich nicht vor, ihm zu vergeben. Es gibt nichts zu vergeben, denn er trägt nicht die Schuld. Es gab einen Grund, weshalb das Grand Grimoire dort war. Es war dort wegen, wegen meinem Bruder. Die Prinzessin mag dir vergeben, doch ich nicht. Verbirg dich ruhig. Wahrscheinlich hinter deinen bequemen Lügen. Es interessiert mich nicht. Warum haben wir ihn mitgenommen? Ist es noch weit bis zum Kloster? Ein wenig. Es liegt auf einer Insel, direkt vor der Küste. Wegen der regelmäßigen Erdbeben in Valandes haben sich starke Strudel um die Insel gebildet und blockieren den Zugang über das Wasser. Dann hätten wir ein Luftschiff nehmen sollen. Leider gibt es keine Luftsteine in diesem Gebiet. Der einzige Weg auf die Insel führt durch einen alten Fluchttunnel. Er führt uns unter dem Meeresboden auf die Insel. Unter dem Meeresboden? Das klingt noch gruseliger als dieser Ort hier. Lass uns gehen. Du willst unbedingt mehr über das Grimoire erfahren, was? Also gut, ein Geheimnis wartet darauf, gelüftet zu werden. Okay, entspannte doch relativ kurze Sequenz, war ja klar. General Godfrey, ihr seid der Erste, der diese neue Macht erleben darf. Ich fühlt es sich an. Euer Hoheit, ich fühle mich wie in einem Traum. Mein Kopf ist leicht vernebelt, aber das Blut kocht in meinen Adern. Jede Bewegung, jeder Atemzug, ich nehme alles bewusst wahr. Es freut mich, das zu hören. Sieht es als Geschenk, welches ihr für Tarin einsetzen könnt. Eure Hoheit. Ein Boot überbrachte uns eine Nachricht von jenseits des Maragdmeeres. Prinz Drekla hat die Hauptstadt erobert, sein letzter Bruder wurde exekutiert. Der Krieg ist vorbei und Nabrelia hat einen neuen König. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihren Blick nach Valandes richten. Und es wird eher früher als später passieren. Das macht es umso wichtiger, dass wir unseren Krieg schnell beenden. Nur ein vereintes Valandes hat eine Chance gegen die Feinde von außen. Sir Gwain, mein Prinz, nehmt General Godfrey mit euch und weist ihn ein. Wie ihr wünscht, folgt mir, General. Das ist also der Grund seiner bösen Taten. Er will ein vereintes Valandes, damit er gegen außen bestehen kann. Der Zweck heiligt für ihn alle Mittel. Hört mir genau zu. Die Flotten von Tarin und Eskania werden über den Feldern von Rulan aufeinandertreffen. Wir mögen mehr Luftschiffe haben, aber wir wollen unsere Verluste dennoch so gering wie möglich halten. Besonders, da uns danach eine Schlacht gegen Nabrelia droht. Ihr könnt auf mich zählen, Sir Gwain. Was für krasse, hochmoderne Einrichtungen. Da ist dieser, wir waren früher viel weiter, Vibe. Eure neue gewonnene Macht wird eine Schneise hinter die feindlichen Linien schlagen und den Weg für unsere wichtigste Waffe freimachen. Das Grand Grimoire? Genau. Hört gut zu, General. Wenn das Grimoire zerschlagen wird, setzt es eine gewaltige Explosion frei, welches alles Leben in einem Umkreis tausender Meter vernichtet. Solche Waffe darf nicht in unseren Reihen verwendet werden. Wenn ihr mit euren neuen Kräften einen Weg durch die Vorhutsch geschlagen habt, steigt ihr in eure Himmelsrüstung und bringt das Grimoire hinter die feindlichen Linien und dort zerschmettert ihr es. Ich soll das Grand Grimoire mit mir führen? Gibt es sonst niemanden, der das tun kann? Mir wurde gesagt, ihr werdet einer der besten Piloten Tarins. Das ist wahr, aber... Ah, ich verstehe. Ihr habt Angst, die Explosion wird euch töten. Nein, beruhigt euch. Eine Waffe, die ihren Nutzer tötet, wäre sinnlos. Das Grimoire verschont alles in einem Radius von drei Metern. Euch wird nichts passieren, General. Und auch nicht eurer Himmelsrüstung. Ich... Ist das so? Natürlich. Ich fürchte auch den Tod nicht. Aber können wir den Stein nicht einfach auf ein feindliches Schiff werfen und riskieren, das Ziel zu verfehlen? Der Stein würde irgendwo auf der Erde landen und eine ganze Region vernichten. Und den Stein so weit zu schleudern? Dafür bräuchten wir eine Kanone. Wenn der Stein im Laufe der Kanone zerstört werden würde, wäre es unsere eigene Armee, die vernichtet würde und nicht die des Feindes. Ich verstehe. Überlasst es also mir. Eine einfache Aufgabe für einen Mann meines Kalibers. Ich habe nichts Geringeres erwartet. Ist das eine abgefuckte Strategie, ey? Seht es euch an. Ist es nicht schön? Diese Farben. Es sieht so prachtvoll aus. Ja, ein prachtvoller Glanz für so ein grausames Werkzeug. Ich hasse es. Schönes Narrativ. Also wirklich, wie die Geschichte erzählt wird an dieser Stelle, ist nach wie vor einfach geil. Deshalb geht mein Dank mal wieder raus. Nicht nur an euch fürs Zusehen, sondern auch an die Erschaffer, schrägstrich den Erschaffer dieses Werkes. Vielen, vielen Dank. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.